Hit Radio FFH, Lacher Rando. Sie bestellen, wir liefern. Ja bitte? Hallo, hier ist der Boris von Lacher Rando. Ja. Ich würde gerne ausliefern. Ja, das geht jetzt. Meine Tochter sitzt auch neben mir. Genau, für die hast du nämlich einen Witz bestellt. Ja, weil sie Schalke-Fan ist und in letzter Zeit hatte sie die Schalke-Eiz verloren. Und dann saß sie immer sehr betröppelt in der Küche. Wir haben sie ein bisschen damit aufgezogen. Ich hätte natürlich auch noch ein paar Schalker-Witze. Oh ja. Was ist der Unterschied zwischen Schalke und einem I? Keine Ahnung. Das I hat einen Punkt. Oder sind die zu böse? Ne, sie lacht. Warum sind die Schalker alle schon geimpft? Weiß ich nicht. Weil Jens Spahn gesagt hat, am Anfang kommen die Schwächsten dran. Oh Gott. Der ist auch für einen Schalker gut. Ja. Oder bist du immer traurig, wenn die verlieren? Ah, es ist langsam zur Bewohnheit geworden. Okay, ja. Das stimmt. Was macht ein Schalker nach einem Sieg? Aufwachen. Auch gut. Aber noch besser, er macht die Playstation aus. Oder, was ist der Unterschied zwischen Schalke und einem Bäckergesellen? Keine Ahnung. Der Geselle kann Meister werden. Sie bestellen, wir liefern. Lacher Rando. Nur bei Hitradio FFH. Plotger Rando. Wie bei Hitradio FFH. Vielen Dank.